Sie schaute zu ihm hinüber und er schaute entschlossen aus dem Fenster. Sind sie... Sie zögerte. Haben sich die Narben richtig erholt? Ich... Du... Du bist nie gekommen, als ich zurückgekommen bin, um danach zu schauen. Es ist alles gut mit Ihnen, sagte er mit steifer Stimme. Körperlich kann ich Sie kaum fühlen. Sie benötigten keine weitere Behandlung. Sein Kiefer spannte sich leicht an und zitterte leicht, als er seine Zähne zusammenpresste. Hermine schaute ihn für einen Moment an, bevor sie ihren Blick nach unten auf den Mantel senkte. Nun, das ist gut, sagte sie. Ich habe noch nie zuvor eine so große Behandlung gemacht. Ich habe mich gesorgt... Das musst du nicht. Ich habe nicht das Bedürfnis für die Sorge von jemandem wie dir. Hermine starrte ihn mit großen Augen an. Er ballte seine Hände zu Fäusten, als er sie anstarrte. Ich meine nur, fing sie an. Lass einfach stecken, Granger, sagte er mit harter Stimme. Er zog eine Schriftrolle aus seinen Roben und ließ sie auf den Boden fallen, bevor er verschwand. Hermine hob nachdenklich die Schriftrolle auf und tippte gegen ihr Kinn, nachdem sie alles in ihrer Umhängentasche verstaut hatte. Sie verließ die Hütte und ging tief in den Gedanken versunken Richtung Bach. Was hatte er über den Einfluss der Hunden gesagt? Sie heben nicht mein eigenes Verhalten auf, aber es ist so, als ob neue Elemente hineingeschrieben wurden. Es ist leichter, unbarmherzig zu sein. Irgendwie schwerer, mich davon abzubringen, Impulse zu folgen. Nicht, dass ich davor besonders viel hätte, mich abzulenken, aber jetzt fühlt sich alles andere noch weniger wichtig an. Sie hatte den runischen Schuhe auswendig gelernt. Sie hatte so viele Abende damit verbracht, sie anzustarren. Bedenkenlos, geschickt, unfehlbar, skrupellos und unnachgiebig zu sein. Angetrieben zum Erfolg. Aber in Wasser angetrieben wurde, um Erfolg zu haben, wurde nicht genannt. Es wurde seinem Ermessen überlassen. Er wollte sie. Und da war sie sich fast sicher. Er war aktuell hin- und hergerissen zwischen seiner Entschlossenheit, sie von sich wegzuschieben, und seinem Verlangen, sie zu wollen. Deshalb ist er so wütend gewesen, als sie verletzt gewesen ist. Er konnte sich nicht so weit davon abbringen, sich um sie zu sorgen, dass es ihm egal wäre, ob sie stirbt, aber er war entschlossen, nicht dem Verlangen, sie zu wollen nachzugeben und sein eigentliches Vorhaben aufs Spiel zu setzen. Die Malfoys waren versessen wie Drachen. Das war es, was Severus gesagt hatte. Er wusste, was sie tat. Für was sie hergeschickt wurde. Sie konnte es in dem nachtragenden Ausdruck sehen, mit dem er sie anschaute. Es lag eine teuflische Wut in seinen Augen, die zuvor nicht dort gewesen ist. Aber er hat sich gesorgt, bei der Erkenntnis, dass sie vermutlich sterben wird, wenn er sie nicht trainiert. Der Vampirangriff ist verdammt gutes Glück gewesen. Wenn sie versucht hätte, es zu inszenieren, hätte die Situation keinen besseren Ausgang haben können. Wenn sie ihn in der Nähe behielt, dann war es nur eine Frage der Zeit, bevor er endlich nachgeben würde. Er wollte sie zu sehr, um es zurückhalten zu können. Die Runen würden das sicherstellen. Wenn es passierte... Hermine seufzte. Wenn das passieren würde, würde er ihr gehören. Außer, wenn er so verzweifelt war, sich von seiner Besessenheit zu befreien und sie umbringen würde. In manchen Momenten, wenn sie seine Augen auf sie spürte, wenn sie duellierten, fühlte es sich wie ein Münzwurf zwischen ihnen an. So, als ob er ständig die Möglichkeit abwog. So selbstsicher, wie sie sich in seiner Aufmerksamkeit geworden ist, war sie sich nicht sicher genug, ob sie es überleben würde oder nicht. Es gab so viel an Draco Malfoy, dass sie ihn nicht kannte oder verstand. Wenn sie ihn ansah, konnte sie sich nur fragen, ob er die Art Mensch war, der die Dinge zerstörte, die er liebte. Was auch immer es war, was er wollte. Sein Motiv war das Spionieren. Er hatte schon unzählige Menschen getötet, um zu versuchen, es zu erhalten. Wenn er dachte, dass sie ihm im Weg stand, würde sie vielleicht an nächster Stelle stehen. Bedenkenlos, geschickt, unfehlbar, skrupellos und nachgiebig zu sein. Angetrieben zum Erfolg. Hermine verdrehte den Träger ihrer Umhängetasche, als sie dastand und nachdachte. Sie musste es als höchste Priorität sehen, Padma zu trainieren, während jeder freien Minute, die sie bekommen würden. Padma hatte ein gutes Händchen fürs Heilen. Sie blieb ruhig unter Druck und hatte ein gutes Gedächtnis, um sich all die Sprüche und Variationen zu marken. Sie hatte Probleme mit der Genauigkeit, die es in den bestimmten Bereichen der Zauberstabarbeit beim Heilen benedigte und sie neigte dazu, sich auf das reine Auswendiglernen zu verlassen, anstatt die Kreativität zu fördern, die es brauchte, um Gegenzauber zu erfinden. Aber Hermine hoffte, dass mit Poppys Hilfe Padma dazu in der Lage sein würde, Hermine hinreichend zu ersetzen. Hermine hatte angefangen, Padma mit sich zum Sammeln der Zutaten zu nehmen. Jemand anderes musste wissen, wie man die Lokalzaubertrankzutaten sammelte. Da der Winter in Anmarsch war, mussten sie ihre Vorreiter aufstocken. Aber Hermine war vorsichtig, damit Reko nicht wissen zu lassen, dass sie eine Begleitung versammeln hatte. Wenn er es herausfinden würde, würde er vermutlich aufhören, sie zu trainieren. Sie sammelte mit Padma Donnerstag morgens. Dienstag ging sie immer noch alleine, aber sie war vorsichtiger. Hermine musste alles am richtigen Ort haben, bevor sie versuchte, die Dinge mit Reko voranzutreiben. Sie beobachtete, wie das Wasser unter der Brücke floss und fragte sich, ob sie ihn immer noch hinhielt. Sie wollte nicht sterben. Die letzten paar Wochen hat sie fast so oft über das Sterben nachgedacht, wie sie über Reko nachgedacht hat. Nachdem sie gespürt hatte, die Vampirfangzellen in ihrer Schulter gesunken waren, ist sie plötzlich mit der Tatsache konfrontiert worden, dass sie auf einfacher Ebene absolut entschlossen war, nicht zu sterben. Sie hatte nicht bemerkt, wie überwältigend ihr Überlebensinstinkt war. Auf rationaler Ebene hat sie Sterben immer als etwas angesehen, dem sie sich stellen konnte. Für einen guten Grund würde sie gerne sterben. Aber in dem Moment, wo sie das Grauen von den Händen gespürt hat, die sie auf den Boden gedrückt haben, und die Zähne, die in ihr Fleisch gesunken sind, hat der Instinkt, sich freizukämpfen und alle zu töten, was sich ihr in den Weg stellte, ihren Verstand verschlungen. Er ist nicht bewusst gewesen, wie ihr Überlebensinstinkt alles andere verdrängen würde. Er ist nicht bewusst gewesen, wie sehr sie nicht sterben wollte. Aber wenn die Entscheidung zwischen ihr und Draco lag, würde sie vermutlich sterben. Er würde sie so einfach töten können. Eine weitere Leiche für seine Liste. Sie würde vermutlich noch eine Weile mit dem ganzen Rest der Leute, die er schon getötet hatte, verschwimmen. Sie lächelte verbittert in sich hinein, als sie über den Kontrast zwischen ihnen nachdachte. Hermines Todesliste war eine Repräsentation ihrer Misserfolge. Jeden, den sie nicht retten konnte. Dracos Todesliste war eine Illustration von dem, was er erreicht hatte. Von allem, was er war und warum er wichtig für Voldemort und den Orden war. Ihre Beziehung, was auch immer sie war und wo auch immer sie hinführte, fühlte sich wie eine grausame Form von Ironie ein. Es war, als ob sie das Gegenteil vom Anderen waren. Ying und Yang. Sie zogen unaufhörlich ihre Bahnen umeinander. Irgendwie hatte der Krieg sie zusammengebunden. Sie apparierte zurück zum Grimauplatz und ging, um Kingsley zu finden. Normalerweise sprach sie hauptsächlich mit Moody, aber Alistair war in Irland, um neue Rekruten mit Remus und Tonks zu trainieren. Kingsley stand im Kriegszimmer und starrte auf eine Karte an der Wand. Hermine wusste, dass er sich ihrer Präsenz bewusst war, aber er drehte sich nicht sofort um. Kingsley, sagte Hermine, als sie leise die Tür schloss. Hättest du kurz Zeit? Er drehte sich mit einer schnellen Drehung um, seine Rupen flatterten um ihn und er zauberte einige Privatsphäre Zauber über dem Zimmer, bevor er sprach. Granger, sagte er. Neue Informationen. Hermine öffnete ihre Rummengetasche und reichte ihm die Schriftrolle. Kingsley öffnete sie und überflog sie für eine Minute, bevor er sie in seiner Rupen verstaute und Hermine wieder anstarrte. Willst du mit mir über etwas sprechen, Granger? Hermine blickte ihn für einen Moment an. Seit Draco sie verlangt hat, hat Kingsley aufgehört, ihren Vornamen zu benutzen. Es ist ihr aufgefallen. Er nannte Harry und Ron und fast alle anderen Mitglieder des Ordens bei ihrem Vornamen. Aber er benutzte immer ihren Nachnamen, um sie anzusprechen. Sie hat daraus geschlossen, dass er es tat, um sie weniger persönlich für ihn zu machen. Ich denke, Severus hat mit dir und Moody über die Bedenken, die Malfe betreffen, gesprochen, sagte sie. Kingsley nickte. Sein Ausdruck verriet nichts. Ja, wir haben gesprochen. Hermine nickte. In die Richtung, wie die Dinge gehen, denke ich, dass zumindest eine kleine Chance besteht, dass Malfoy mich vielleicht umbringen wird. Kingsley schaute sie direkt an und strick seine Rupen glatt. Bittest du darum, dass wir dich zurückziehen, Granger? Hermine schaute weg und blickte auf ein Stillleben, das an der Wand hing. Nein, wir brauchen die Informationen. Wir wären vermutlich alle tot, wenn wir Malfoy nicht hätten. Ich will nur... Ich will nur wissen, was ich priorisieren soll, während ich Padpa trainiere, um mich zu ersetzen. Sie hat keine zwei Jahre, wie ich sie hatte, und es gibt immer noch zu viel grundlegende Heilkunst, die sie lernen muss, bevor ich sie im fortgeschütteten Heilen der dunklen Künste unterrichten kann. Und dann ist da noch Zaubertränke und Zutaten sammeln. Ich bin mir nur nicht sicher. Sie ist nicht so wissbegierig, wie ich es war. Ich weiß, dass sie draußen in der Schlacht mit Parvati bleiben wollte, also muss ich wissen, was du und Moody als die höchste Priorität ansehen. Kingsley war für eine Minute still. Ich werde mit Alistair reden und über die Krankenhausberichte schauen. Vielleicht eine Liste machen von den Bereichen, wo wir keine Notwendigkeit haben. Ich werde die nächste Woche eine Antwort geben. Alles klar, sagte Hermine und nickte. Ihre Stimme klang überhöht und mechanisch. Granger, sag mir, welche Strategie genau versuchst du zu verfolgen? Sie schaute zurück zu Kingsley und fühlte sich müde. Er will mich. Er ist besessen und er will mich. Aber er weiß, was ich tue. Ich kann es in der Art, wie er mich ansieht, sehen. Er weiß es. Ich weiß immer noch nicht, was seine langfristigen Ziele sind. Er sagt nie etwas, das ein Hinweis darauf geben könnte. Und wenn ich ihn weiter zu mir heranziehe und es dazu führt, dass ich seine umsprünglichen Ambitionen im Weg stehe, wird er vielleicht darauf zurückgreifen, mich zu töten. Aber wenn er mich nicht tötet, laut Severus neigen die Malfoys dazu, beides versessen und beschützerisch zu sein. Ich denke nicht, dass er den Orden dann im Stich lassen wird. Vielleicht scheint ein kritischer Punkt für ihn zu sein und er weiß, dass meiner vom Überleben des Ordens abhängig ist. Dann zog er sie mit den Schultern. Oder ich könnte falsch liegen und er wird sich gegen den Orden wenden. Das ist es, was Severus fürchtet. Ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht. Das ist nicht... Ich... Ich weiß nicht, wie man Leute auf diese Art benutzt. Kingsley blieb still. Wenn er besessen von dir wird, dann ist das mehr, als ich erwartet habe, sagte er, blickte über den Tisch und legte seine Finger auf die Kante, wo er nachdenklich mit ihnen herumtrommelte. Hermine hatte das Gefühl, dass sie irgendwie auf die Worte reagieren sollte. Beleidigt oder zufrieden oder irgendwas. Aber sie fühlte nichts. Es war so, als ob ihr Herz langsam in ihrer Brust komprimiert wurde und langsam Tag für Tag kleiner und härter wurde. Ich fing sie an und pausierte dann und traste ihre Lippen zusammen. Sie drehte ihren Kopf leicht, als sie die Verspannung in ihrem Nacken spürte und merkte, wie sie in ihren Schultern ausstrahlte. Ich lüge ihn nicht an, Kingsley. Ich bin nicht unaufrichtig. Die emotionale Verbindung zwischen uns ist echt. Kingsleys Finger hörten auf, sie zu bewegen und er betrachtete sie mit leicht zusammengeknifften Augen. Ich hoffe, dass du nicht von ihm kompromittiert wirst, Granger. Der Orden ist darauf angewiesen, dass du deiner Mission folgst. Hermine nickte steif. Meine Loyalität wird immer als erstes beim Orden liegen. Kingsleys Ausdruck entspannte sich nicht. Harry, du weißt, dass ich ihn nur von den schlimmsten Kämpfen fernhalten kann, wenn ich weiß, welches die schlimmsten sind. Hermine zog gleich zusammen. Ich weiß. Ich tue alles, was ich kann, Kingsley. Ich tue mein absolutes Bestes. Ich kann nicht. Ich würde niemals etwas tun, das Harry in Gefahr bringen würde. Dann mach so weiter, sagte Kingsley und drehte sich zurück zur Karte an der Wand. Hermine starrte für einige Momente seinen Rücken an, bevor sie sich umdrehte und ihre Hand auf den Türknopf platzierte. Als sie ihn in die Hand nahm, lachte sie leise. Gibt es noch etwas, was du mir sagen willst, Granger? Kingsleys Stimme klang leicht angespannt. Hermine blickte über ihre Schulter. Er hatte ihr immer noch den Rücken zugewandt. Mir ist nur gerade bewusst geworden, sagte sie mit leiser Stimme. Wenn ich erfolgreich bin, wirst du mich benutzen, um Malfi zu kontrollieren, auf die gleiche Art, wie du dazu in der Lage bist, Harry zu benutzen, um mich zu kontrollieren. Er, er tut mir fast leid. Kingsley blieb für einen Moment still. Nun, er verdient es wesentlich mehr, als du es tust.